Wurde schon wieder getroffen. Da, Alter, guck mal, wie viele Leute hinter diesem Obsidian-Blocker sind. Haben die auch schon tausend mal getroffen. Sag unseren Zuschauern, hallo. Hallo. Das war Fleur an seine Begrüßung. Und willkommen zurück zu Splag. Nein, nein, nein. Stimmt, haltens Sieg. Da hab ich mich geirrt, sorry. Ich nehme den Leuchtfeuerblock. Oder? Was ist es für eine Map? Scheiße. Ja, Leuchtfeuer. Es ist Space. Nein! Es ist nicht Space, deswegen hab ich doch nochmal extra gefragt. Dann komm mit. Warte, ich folge dir. Ich folge dir. Ist schon gut, ich seh, wo du hingehst. Du gehst auf deine Position eigentlich, oder? Oh, wohin? Wo bist denn du? Ich weiß es nicht. Ich bin noch am Start. Ich bin noch am Spawn. Dann geh direkt am Spawn. Richtig am Spawn. Da bin ich. Da, da, da. Da, da, hier. So, komm jetzt, komm jetzt, folge mir. Okay, ich folge dir. Du stellst dich in die andere Ecke. Oh, ja. Wenn du R5 drückst, ziehst du einen Glasblock. Achso. Ja, loo. Und dein Gesicht mit Glas drumherum. Ja. Da muss ich mal einen Screenshot von machen gleich. Ui. Oh, ja, das mach ich nämlich jetzt auch gleich. Oh, ja, das wird mal gewinnen, weil hier wird uns eh jemand finden. Oh, ja, werd ich mit. Ich will das mal so richtig krass was trinken. In der Aufmerksamkeit. Ja, und ich werde mal richtig, richtig krass gucken, dass ich mich in Skype auch beschäftigt stelle. Ach, jetzt erst, hä? Aha. Deine Nachrichten sind ja ziemlich konstruktiv. Da hast du dich mal eine andere Taste genommen. Na und? Ja, ich hab ein Schwert. Ja. Hui. Ich zoome zu dir ran. Ich auch zu dir die ganze Zeit. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt unser Versteck. Es ist sonst zu langweilig. Komm mit. Wo bist du hin? Ada. Rausgesprungen aus dem Fenster. Stell dich an die andere Seite. Ha, als ob das total unauffällig ist. Ha, als ob hier jemand hinguckt. Da drüben steht einfach mal im Beaken. Ah ja. Du bist aber immer noch nicht solid, ne? Ich weiß, ich bewege mich die ganze Zeit. Ich sperr's dir. Da kommt jemand! Renner! Lass ihn klatschen! Nein, zwei Herzen! Krieg ich. Alter, scheiße! Ich bin tot! Verdammt! Da wurde ich von jemandem noch gehittet. Oh Mann, wir wären nur in unserem Versteck stehen geblieben. Jetzt wird's natürlich spannend, dich zu finden. Du bist ja noch am Leben, oder? Ja. Nein! Ach, Mist, da oben hätt ich hin müssen. Oh Gott! So, wo bist du? Ich muss ja nämlich wieder hoch. Ja, da dich finde ich... Loll, es hat geleckt. Ich konnte mich einfach nicht bewegen. Ach, egal. Dann werden wir jetzt halt andere klatschen. Loll! Alter! Diese scheiß Heide haben mich runtergestoßen. Ja, die haben zusammengearbeitet. Der eine hat mich nach hinten, der andere nach vorne. Die haben Pingpong mit mir gespielt. So, jetzt werde ich sie aber töten. Wenn sie nicht ihre Position gewechselt haben. Nein, haben sie nicht. So, ich werde jetzt den Steinbruch gleich klatschen. So, zwei Leute gekillt. Als ob die... Ich hätte jetzt auf jeden Fall meinen Standort gewechselt, wenn ich jemanden runterschmeiße. Ja, aber mal sehen, ihre Entscheidung. Ich laufe hier oben noch ein bisschen rum, um zu gucken, ob wir noch irgendwelche Blöcke meinen. Sie wären die coolsten. Ah, Mist. Mich hat fast ein Block allein... Der hat mich alleine geklatscht. Der hat... Ich hab den fünfmal oder so geschlagen. Loll. Was zum Teufel? Sieben Heider sind's noch. Wie konnte der mich bitte klatschen? Ich hab zu zweit mit jemandem auf den Tropf geschlagen. Zu zweit. Hack her. Le Hack her. Da ist er immer noch. Hm. Was zum... Oh, ich hab nur fünfte Rebility. Da! Er wird tausendmal geschlagen. Oh, hier sind die Wolken. Über den Wolken. Was? Wie bitte? Wie kann er überleben? Der wurde schon... Oh, das ist echt ein... Richtig. Nubi. Cheater. Ja, er wurde schon wieder getroffen. Oh, Alter, guck mal, wie viele... Leute in der deutschen Obsidianblock her sind. Haben die auch schon tausendmal getroffenes. Neul. Lalaloi. Na, mach mal jetzt noch eine Runde. Komm, komm, mach mal. Ah, lass in die Pfoten. Da sind wir wieder und wir... Nancy cure ich den Leuchtfeuerblock. Nehm auch den Leuchtfeuerblock. Muss noch mal neue Blöcke kaufen. kann man das auch ich habe 1300 Kronen ich habe glaube 4000 games das ist ja auch hier trocken ist ich habe den Prozent Redstone Lampenblock und den Laubblock so folgst mir er hat es schon ich habe auf meiner um auf mein Pilz Ansprüche hier also hier kommt man hoch um welchen Pilz gehe ich die Läder genau den Namen links links ja ich wollte nur gucken so ich bin aber ich stehe jetzt auf einem anderen Biegenblock ich hoffe dass ihr habt es sieht man ja nicht von unten es sieht echt cool aus es war also doch nicht so wie traurig klar mit seinen Keks es ist mein Keks in der Länge als zehn Minuten jetzt habe ich zwei Kekse alle dort eine Runde länger als zehn Minuten weiß ich nicht ne 268 Sekunden da das ist fünf Minuten fünf Minuten also und das passt perfekt weil ich muss dann was noch erledigen ich muss dann noch meine Videos alle um die gerenderten Videos und die auf die andere Festplatte überziehen zu tun du musst die Videos rennen bei uns ist er zu machen ja so einfach umstehen ist er doch nicht gut was muss ich muss das Video rennen werden die beiden ja das sind zu groß du kannst mir schlecht diese 20 Gigabyte oder wie groß es ist auf dem Stick übergeben 20 Gigabyte pro Video ja das wird ein bisschen viel oder du packst es in eine Datei in eine Raddatei ja das kann ich probieren mal gucken wie klein das wird so klein wie dein Penis also immer noch 20 Zentimeter Meter lang haha jetzt sollten wir aufhören siehst du X Crystal Shadow X mhm ja der war gerade von mir sehr drück mal F8 wenn du zoomst bei Optifine ja was ist denn da dann kannst du ganz normal gucken warum funktioniert das bei mir gerade nicht muss aufpassen dass ich nicht auf F7 drücke und die Aufnahmeabbreche ja hab ich auch dazu gedacht will jetzt dass ich die Aufnahmeabbreche oder so ne ne ach wie sie da unten dein altes Versteck probieren zu finden äh zu dein altes Versteck durch so ich war jetzt am liebsten gerne an so'n haben er hat e 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 es ist diese Zeit nicht finden so göttlich doch ich wurde gefunden natürlich du nicht gespastet alle wenn du stirbst doch nicht hier nicht mehr doch das aber dann muss wahrscheinlich flüchten ich werde direkt verfolgt von dem Sieger muss ich auch nie absetzen mann das ist nämlich hier ich muss mich auch absetzen aber das Problem ist es ist halt nicht so einfach läuft der Hachmann das gibt's doch nicht ist tot ja oh man das war doch scheiße du bist nicht tot gell ne oh das ist doch Dreck seh ich denn hier irgendwo ein Leuchtfeuerblock da ist ein Riesenzombie äh wo könntest du denn sein bitte Ryan auch da ja ja oh ich bin tot ich musste mich konzentrieren oh ich bin hier ins Haus reingerannt bitte mann ich hatte aber auch Pech dass ich zuerst gefunden wurde mann warum bin ich auch runtergesprungen ich dachte mir so mann wenn Martin steht dann sollte ich sofort runterspringen aber dich hätte ich doch so locker da oben kalt gekriegt das Prozent Drachen das kann man hin und her ansteuern ins Trieb der Zogen er ist irgendwie nix ich finde nix ja man wie sich derzeit helfen und so dies aus anders drei Heiler und nur noch 80 Sekunden und ich finde nicht aus dem Haus raus das gibt's doch nicht Drachenei Drachenei wo ist das Drachenei da drinnen ich hab's und jetzt wieder weg und jetzt wo ist es jetzt ja ich würde sagen GG den drei Heiders und zwar Fini01 Captain Reck99 und X Stuhl die Leute haben gewonnen guck mal das ist ein Portal ja hab ich gesehen ja okay Flo das war's von dieser Runde bis zum nächsten Mal tschau bis zum nächsten Mal Vielen Dank.